Ich finde es so schön, dass wir mit unserer aktuellen Predigt-Serie Faschenfamilien jetzt einfach auch zu dir nach Hause kommen dürfen. In dieser Predigt-Serie schauen wir miteinander den ersten Brief vom Apostel Paulus, der Christin Korinth, an. Wir haben uns für diesen Titel entschieden, Faschenfamilien, weil schon die ersten Christen, oder Christen eigentlich von Anfang an, haben sich als Familien gesehen, durch ihre Verbindung mit Jesus. Und das mit dem ganzen Spektrum, das das beinhaltet, mit dem Schönen, mit dem, der schwierig ist, der mühsam ist, einfach mit dem Ganzen, der eine Familie ausmacht. Und das hat sich nicht verändert. Das war von Anfang an so, bis auf den heutigen Tag. Ich weiss nicht, was die an Familien begeistern. Wir begeistern das grosse Potenzial, das in jeder Familie steckt. Manchmal geht das vergessen, vielleicht gerade in diesen Tagen, wenn man so nahe, eben aufeinander oben sitzt, wo man das Gefühl hat, hey, wir gehen einander auf Nerven. Aber ich sage euch, in jeder Familie steckt ein riesiges Potenzial. Ungefähr so, wie so in einer Werkzeugkiste drin. Da sind nicht nur einzelne Werkzeuge drin, mit denen kann man etwas machen. Da kann man arbeiten damit. Und jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, hat von Gott natürliche Begabungen und Fähigkeiten bekommen. Sachen, die uns einfach liegen, wo wir gut sind drinnen, wo wir gerne machen, wo Spass machen. Und in der Familie, oder eben in der Gemeinde, kumulieren sich die Begabungen und Fähigkeiten. Und verstärken sich sogar, wenn wir diese zusammenkommen. Und das setzt unglaublich viel Kraft und Möglichkeiten frei. Viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Wir können miteinander Sachen schaffen, die wir alleine nie könnten. Und diese Sicht auf Familie begeistert mich. Das fasziniert mich. Immer wieder auf das Neue. Und ihr erlebt das, jeden Tag in meiner eigenen Familie, zu Hause, aber auch hier gemein. Schaut, jetzt auch heute Morgen, diesen Livestream. Wenn wir nicht Leute hätten, die eine Begabung haben, um mit der Technik zu arbeiten, dann könnten wir jetzt nicht zu euch heinkommen. Oder unsere Wohnstuben hier. Wenn wir nicht Leute hätten, mit einem Flair, um zu dekorieren, um zu einrichten, dann würde das Ganze sehr trist aussehen. Oder wenn wir nicht Leute hätten, die Musik machen können, wie Leute heute Morgen. Das ist übrigens ein Ehepaar. Darum dürfen sie ein bisschen näher zusammen sein. Dann wäre das sehr trist. Die können froh sein, man muss nicht Ehe-Musik machen. Das würde ganz anders klingen. Und in unserem heutigen Text, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, spricht Paulus von dem grossen Potenzial, das in der Gemeinde steckt. Und er zeigt uns, dass ihr gemein noch ein Potenzial dazukommt. Ein übernatürliches Potenzial durch einen Heiligen Geist. Gottes Geist begeistert uns buchstäblich. Er wirkt durch seine Kraft in uns, dass unser Potenzial sogar noch gesteigert wird. Dass das noch mehr ist. Nur durch einen Heiligen Geist können wir schlussendlich leben, wie Jesus gelebt hat. Durch ihn sind wir mit Jesus verbunden. Mit Gott verbunden, aber auch miteinander. Und können so auch anderen Menschen dienen. Ohne den Heiligen Geist wären wir etwa so wirkungsvoll wie ein E-Auto, wie ein Elektroauto mit einem leeren Akku. Das kommt nicht wirklich weit, das macht keinen Zappel mehr. Aber mit dem Heiligen Geist haben wir ein riesiges Potenzial. Schauen wir uns zusammen mit Paulus die übernatürliche Dimension einmal genauer an. Quasi die Energiequelle der Gemeinde, die den Gemeinden Akku füllt. Zuerst, was wir sehen, ist, der Heilige Geist vergrössert unser Potenzial, in dem, dass er jeden Christ, jeden Einzelnen beschenkt. Eigentlich das, was Frank heute Morgen schon gesagt hat. Wir sind reich beschenkt. Ich will einen Vers lesen. 1. Korinther 2, Vers 4. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Beschenkt werden, finde ich etwas Genials, etwas Schönes. Und das ist genau das, was der Heilige Geist macht. Er will den und mich beschenken. Er beschenkt jeden Menschen, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Der sagt, ich vertraue dem Jesus, ich folge dem nachher, ich setze mein Vertrauen in das, was Jesus am Kreuz hat. In all diesen Menschen lebt und wirkt der Heilige Geist. So Menschen sind Beschenkte vom Geist Gottes. Der Geist Gottes beschenkt nur die Menschen, die Jesus vertrauen, nicht, weil er parteiisch ist, sondern weil diese Menschen offen sind für die Geschenke vom Heiligen Geist. Die anderen in der Regel wollen das gar nicht. Und wir haben schon gelesen, genauso unterschiedlich wie unsere natürlichen Fähigkeiten, Interessen und Begabungen sind, gibt es auch ganz unterschiedliche Geistesgaben. Paulus erwähnt einige in unserem Text vom Vers 8 an, können wir das bis Vers 11 lesen. Denn einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Denn der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Mass und Glauben gegeben. Und wieder einem anderen bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer das Gesagte in verständliche Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und dasselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Die Aufzählung von Paulus hier über die Gabe, die ist nicht komplett. Er gibt einfach ein paar Beispiele weiter, wie die Gabe aussehen können. Aber etwas ist mir enorm wichtig. Und ich denke, das müssen wir verstehen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind Geschenke. Es sind keine Orden oder Auszeichnungen, die er uns gibt. Die wir als brave Christen bekommen, wenn wir alle Regeln einhalten, so leben, wie es richtig wäre. Das ist nicht der Sinn der Geistesgabe. Wenn wir das nicht verstehen, fangen wir auf einmal an, uns mit anderen zu vergleichen. Und zu vergleichen ist nie hilfreich. Im Gegenteil. Es hindert uns daran, als Gemeinde, aber auch als Einzelne in unserem Potenzial zu leben. Weil wenn ich mich vergleiche, habe ich mir das Gefühl, vielleicht auf einmal denke ich, ich bin besser. Weil ich habe eine Gabe, die die anderen nicht haben. Ich überhebe mich über andere. Oder auch das Gegenteil, weil ich finde, ein Sohn wie die und die. Oder der will ich auch sein. Und dann sehe ich mich weniger, als ich eigentlich bin. Vergleichen führt früher oder später immer entweder zu Stolz oder zu Neid, was uns Unzufrieden macht. Und schlussendlich hindert es uns, wirklich Jesus nachzufolgen und ein Leben zu leben, wie Jesus gelebt hat. Weil die Gaben des Heiligen Geistes Geschenke sind und keine Medaillen, sind sie auch kein Maßstab zum Messen vor geistlicher Reife. Wie weit jemand schon kam in seinem Glauben. Und das sind Korinther selber das beste Beispiel dafür. Wenn wir im Anfang des Korintherbriefs, im ersten Kapitel, Vers 7, sagt Paulus, Korinther, ihr seid reich beschenkt. Euch fehlt es keine Gabe. Alle Gaben, die der Heilige Geist geben kann, habt ihr bekommen. Ihr habt alles. Nur ganz wenig später, im Kapitel 3, Vers 1, und geht weiter, prangert Paulus die geistliche Unreife von Korinther an und sagt, hey, ihr seid noch gar nicht reif. Und das trotz den Gaben, die er der Heilige Geist hat gegeben. Das zeigt, geistliche Gaben sind kein Gradmesser für die geistliche Reife. Aber wie wir damit umgehen, was wir mit diesen Gaben anstellen, hingegen schon. Ob wir, wie wir, und für was, und für wen wir die Gaben einsetzen, das zeigt, wo wir in unserem Glauben stehen. Das zeigt, wieso unsere Beziehung zu Jesus steht. Oder auch zu anderen Menschen. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus unserer Familie. Unsere Kinder haben alle mit fünf ein Sackmesser geschenkt bekommen. Das war ein Kompromiss zwischen mir, einer Frau und mir. Von mir hätten sie vielleicht schon mit drei eins bekommen. Aber wir haben uns auf fünf geeinigt. Und sie haben das Geschenk bekommen, haben nichts dafür tun. Das Einzige, das sind unsere Kinder, und darum haben wir das Geschenk gegeben, weil wir es gerne haben, weil wir ihnen Freude machen wollen. Dann hatte ich die Aufgabe, ihnen beizubringen, wie man ein Sackmesser braucht. Ihr wisst ja vielleicht, ein Messer selber ist nicht gefährlich. Aber der falsche Umgang mit dem Messer. Und ich habe ihnen dann gezeigt, dass man immer vor sich wegschneiden muss, dass man es nicht gegeneinander hat, dass man auch nicht gegen andere Menschen gehen darf, wie man mit der Klinge umgehen muss. Ich habe ihnen das gezeigt. Durch das Geschenken alleine sind unsere Kinder nicht älter und reifer geworden. Aber durch das Vertrauen, das wir ihnen gegeben haben, und indem wir ihnen gelehrt haben, den richtigen Umgang mit dem Sackmesser, das hat jedes von ihnen ein Stück reifer gemacht, hat sie weitergebracht, hat sie selbstbewusster gemacht. Und das nicht nur im Umgang mit Messern, sondern generell hat das ihr Leben bereichert. Und genau so ist es auch mit den Gaben vom Heiligen Geist. Sie helfen uns, Jesus immer ähnlicher zu werden, immer mehr zu werden wie er. Und der Geist Gottes rüstet uns damit aus, weil wir von Jesus auch beauftragt sind. Wir sind Beauftragte von ihm. Ich will das lesen, Kapitel 12, 1. Korintherbrief, immer noch, Kapitel 5 und 7. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Für viele Menschen in der Schweiz ist der Glaube eine reine Privatsache. Der Glaube ist etwas, über das reden wir nicht. Und was man schon gar nicht macht, ist versuchen, sein Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Das machen nur so Extremisten. Fundamentalisten machen das. Aber für uns Christen sollte das etwas völlig anderes sein. Wir haben den Auftrag von Jesus bekommen, ihn in dieser Welt bekannt zu machen, seine Botschaft zu verbreiten, Menschen einzuladen, ihr Vertrauen auf den Jesus zu setzen. Das ist unser Auftrag in Matthäus 28, 18-20 gibt uns den Jesus. Und trotz diesem Auftrag fragen sich immer auch mehr Christen, wozu brauche ich eigentlich Gemeinde? Wieso brauche ich die Kirche? Ich kann doch mein Glauben an Jesus auch ohne Kirche erleben. Oder? An Jesus zu glauben kann man ganz sicher für sich alleine. Das braucht man keine Kirche dazu. Aber ob das für unseren Glauben gesund ist, ob sich unser Glauben so alleine gut entwickeln, das ist die andere Frage. Aber was wir sicher nie alleine schaffen, ist es den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Seid es in unserem eigenen Leben wie in unserem Umfeld. Egal wie begabt oder wie talentiert du bist, egal wie fest du dich anstrengst, du brauchst andere Christen für diesen Auftrag zu erfüllen. Es ist eine Familienangelegenheit. Niemand käme auf die Idee nur mit einem Schraubenzieher oder vielleicht nur mit einem Hammer wollen, ein Haus zu bauen. Alle wissen, für ein Haus zu bauen, früher oder später braucht es einen Hammer, es braucht einen Schraubenzieher. Aber es braucht eben noch ganz viel anderes. Es braucht die ganze Werkzeugkiste, es braucht vielleicht auch mal eine Zange oder irgendjus so ist es auch mit dem Christsein und mit dem Auftrag, der damit verbunden ist. Wir brauchen die Gabe vom Heiligen Geist. Wir brauchen seine Hilfe, um einen Auftrag wahrzunehmen. Aber wir brauchen auch die Verbindung zueinander, das miteinander unterwegs sein. In Vers 7 haben wir gelesen, wie unterschiedlich die Gabe und das Wirken vom Heiligen Geist in jedem von uns ist. Aber ganz wichtig ist, es geht nicht um uns. Es geht um einen Nutzen für die Gemeinde. Es geht darum, dass wir gemeinsam die Gemeinde aufbauen, ausrüsten, damit wir den Auftrag von Jesus wahrnehmen können. Um das zu verdeutlichen, braucht Paulus ein ganz starkes Bild. Ein Bild, das wir alle kennen, weil wir es alle haben. Das Bild des Körpers mit all unseren Gliedern. Ich möchte ein paar Versen lesen, von Vers 12 bis 15 lesen nicht alles, derzeit er denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuss behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Das Bild macht für mich alles ganz klar, ob ich Christ sein kann, ohne eine verbindliche Gemeinschaft zu leben, ohne Teil der Gemeinde zu sein. Es ist nicht möglich. Paulus spricht mit diesem Bild ganz klar gegen den Extrem Individualismus, den wir in der Schweiz haben. Er sagt, wir brauchen einen. Es geht nicht nur um dich, es geht nicht um den Einzelnen, es geht um ein Ganzes. Und zugleich spricht das Bild aber auch gegen ein ungesundes Gleichmachen von allem. Weil es den Wert und die Aufgaben des Einzelnen im Ganzen ganz stark betont. Es geht nicht nur darum einheitsbreit sein, sondern jeder Einzel ist auch gefordert und wird gebraucht. Das Bild zeigt beides. Der Körper steht also für unsere Zusammengehörigkeit durch den Heiligen Geist trotz unserer Andersartigkeit. Wir sind ganz unterschiedlich als Christen. Auch hier im Quatt haben wir ganz verschiedene Werkzeuge in dieser Kiste. Aber wir sind trotzdem eins durch den Heiligen Geist. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob wir zusammenkommen in diesem Gebäude oder nicht. Wir sind immer noch durch den Heiligen Geist verbunden miteinander. Wir gehören immer noch zusammen. Das Bild unterstreicht unsere Einheit. Trotz der Vielseitigkeit und der Unterschiedlichkeit sind wir immer eins als Christen. Durch den Heiligen Geist. Nicht weil wir gleich dicken, nicht weil wir in allem die gleiche Meinung haben, sondern der Geist Gottes macht uns zu einem. Das setzt ein enormes Potenzial frei. Nur so als Körper können wir diesen grossen Auftrag von Jesus wahrnehmen. Und wenn wir das ignorieren, stellt euch mal vor, ich wäre der Fuss. Aber ich ignoriere den Körper und sage jetzt, ich renne alleine einen Marathon. Was hat das Gefühl, wie weit ich käme? Wie Menge Kilometer würde ich als Fuss echt arbeiten? Zur Zusammengehörigkeit und Einheit kommt noch ein Aspekt dazu. In dem Beispiel des Fuss kommt das schon durch. Das ist etwas, das wir in der Regel nicht gern haben. Nein, wir sind nämlich abhängig voneinander. Das zeigt auch das Bild des Körpers. Wir brauchen ein um unser eigenes Potenzial voll auszuleben. Ein Fuss, das wissen wir sehr alle, der kann einen Marathon rennen. Aber eben nur miteinander mit den anderen Gliedern. Wir brauchen ein An. Lass mich das noch anhand des Beispiels eines der Werkzeugkiste erklären. Wir können sagen, die Gemeinde ist die Kiste da. Das passt, sie ist rostig ab, ist nicht mehr die neueste. Das ist gemeinde. Die Werkzeuge sind die einzelnen Glieder. Das bist du auch ich. Und unser Auftrag von Jesus ist, ein Haus zu bauen. Sagen wir mal, ich bin der Kreuzschraubenzieher. Meine Frau sagen, sie sind gerne eine Zange. Manchmal so etwas mühsam. Aber ich bleibe dabei, sie kann auch nicht reden, das ist gut. Ein Kreuzschraubenzieher ist wichtig, wenn man Kreuzschrauben einschrauben möchte. Das kann man fast nicht anders. Du hast keine anderen Schraubenzieher Macht, für einen Kreuzschrauben einzuschrauben. Aber für einen Schlitzschrauben kannst einen Kreuzschraubenzieher echt vergessen. Und wir müssen Schlitzschrauben einschrauben. Kreuzschraubenzieher Genauso wenig bin ich als Kreuzschraubenzieher fähig, einen Nagel einzuschlagen, dass er drinnen bleibt. Es braucht einen Hammer dazu. Und das meint Paulus mit dem Bild vom Körper. Wir brauchen die Ergänzung. Wir brauchen einander. Und ich bin froh, dass wir in FHG Quatt Leute haben, die absolut der Hammer sind. Das sind die Leute, die den Nagel einschlägen. Ich schraube manchmal ein bisschen nach. Ich bin froh, dass wir eine Gemeinschaft einander ergänzen. Das ist genial. Und manchmal gibt es dann auch eine Sage in unserer Gemeinde. Manchmal bin ich eine Nerven Sage für euch. Die braucht es manchmal auch. Die bringen einen weiter, auch wenn es wehtut und mühsam ist. Noch ein letzter Gedanke von dem Bild zum Paulus. Das ist einer, der fasziniert. Der Körper ist etwas Sichtbares. Einen Körper kannst du erleben. Den siehst du in Aktion. Viele Christen sagen, es reicht ja, als Christ, die Verbindung mit dem Heiligen Geist, gehöre ich einfach zur universellen, unsichtbaren Gemeinde von Jesus. Das reicht nicht dazu. Aber Jesus wird nur wirklich sichtbar und erlebbar in Ortsgemeinde. Da, wo Christen zusammenkommen, da wird er gesehen, da wird er erlebt. Und als FHG Quatt sind wir Hände und Füße von Jesus. Das ist eine besondere Ehre. Ich denke, die Ehre sollte uns wieder begeistern. Wir sind für Jesus unterwegs. Roger Federer würde sagen, Dave, spiel ein Doppel mit mir. Oder der SC Bern würde mich anfragen, Cari, du weisst, die Saison haben wir es verkackt, nächste Saison brauchen wir die im Goal. Ich würde mich gerd fühlen und ich sofort gehen. Glauben ich auch mal. Wir brauchen ein Angen. Wir brauchen Gemeinschaft. So können wir unser Potential ausleben. Als Christen sind wir beschenkt und beauftragt. Mein letzter Punkt ist, durch den Heiligen Geist befeigt uns Gott dazu, diesen Auftrag wahrzunehmen. Ich habe es schon gelesen, ich habe es schon gelesen, es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Wir sind auch befeigt durch den Heiligen Geist. Es ist frustrierend, wenn man ein Geschenk bekommt. Ich kann das Geschenk nicht wirklich brauchen. Meine Frau schenkt mir die Werkzeugkiste zum Geburtstag. Ich habe einen Hammer, einen Nagel und sie sagt mir, Schatz, würdest du das Bild aufhängen? Das Einzige, was ich treffe, steht der Nagel immer nur meine Finger. Das ist schmerzhaft und frustrierend. Manchmal geht es uns mit Geschenken so. Aber bei Gott ist es völlig anders. Er beruft nicht nur die Feigen für seinen Dienst, sondern er befeigt auch alle, die er beauftragt hat. Darum sagt Jesus zu seinen Jüngern in Apostelgeschichten 1, 4 und 8, wartet in Jerusalem bis die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Erst dann, wenn ihr befähiget ausgerüstet seid, geht und erfüllt diesen Auftrag. Gott will nicht, dass wir aus eigener Kraft abmühen. Das endet in Frust und sogar Burnouts. Es ist ungesund. Er will uns befähiget durch sein Geist für unsere Aufgaben auf Rollen wahrzunehmen. Von dem Redter Paulus in Vers 27 bis 31 gelesen nur zwei, drei Versen. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen seine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die die dazu befeigt sind Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist. Er fährt fort und führt weiter die verschiedenen Rollen aufzuzählen. Genauso wie es verschiedene Gaben gibt, gibt es auch unterschiedliche Aufgaben und Rollen innerhalb der Gemeinde. Es braucht alle Aufgaben und Rollen, damit der Körper funktioniert, damit wir unseren Auftrag wahrnehmen können. Ich finde das wirklich begeisternd, was für eine Dynamik, was für ein Potenzial in der Gemeinde zusammenkommt. Gott wirkt durch den und mich, durch seinen Heiligen Geist. Er will uns freisetzen, damit wir in dieser Welt an seiner Stelle wirken, damit wir etwas bewegen, damit wir ihm, aber anderen Menschen dienen. die Frage ist, wieso wir uns als Christen überfordert fühlen oder unfähig fühlen. Ich weiss nicht, ob Sie das Gefühl auch kennen, manchmal nicht zu genügen, unfähig zu sein. Das kann verschiedene Gründe haben, aber ich will sie nicht verschwiegen. Zweitens ist, vielleicht ist uns das Thema vom Heiligen Geist und seinen Gaben gar nicht so bekannt. Oder irgendwo im Hinterkopf, wo wir uns gar nicht damit befasst. Paulus sagt am Anfang, dass ihm das wichtig ist und darum schreibt er über das, weil er weiss, dass wir das brauchen. Es ist darum wichtig, zu wissen, was für Gaben habe ich. Was hat Gott in mich reingelegt? Wie wir das herausfinden, da würde es jetzt zu weit gehen, aber macht dir mal Gedanken, was könnte Gott für Geistes Gaben reingelegt haben? Und das andere hat etwas mit den Aufgaben und den Rollen zu tun. Ich denke, wenn wir Aufgaben übernehmen, die nicht unseren Gaben entsprechen, die Gott uns gegeben, dann endet das eben in Frust. Dann ist das wirklich mühsam. Dann müssen wir aus eigener Kraft irgendwie mühsam versuchen, die Rolle auszufüllen. Ein weiterer Grund kann sein, dass wir unsere Gaben nicht einsetzen. Vielleicht hast du Angst, deine Gaben einzusetzen. Es hat auch immer etwas mit Mut zu tun und Glauben zu tun, die Gaben zu brauchen. Und dann fühlen wir uns auch nicht feigt oder befeigt, wenn wir die Gaben nicht brauchen. Aber es kann sein, dass wir Sachen aus der falschen Motivation machen. Dass es um mich geht und nicht um Jesus. Und dann fühlen wir uns irgendwie auch nicht befeigt. Gott spielt das Spiel nicht mit. Aber etwas ist ganz wichtig wurde schlussendlich ist es eine Beziehung Sache. Wirklich entscheidend ist nicht, ob wir unsere Gaben alle kennen und verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ganz verstehen werden wir es nie. Es ist übernatürlich. Ob es uns ernst ist mit unserer Beziehung mit Gott. Ob wir die Nähe von Jesus suchen, ob wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Auf das kommt es darauf ab. Das ist das Entscheidende. Es ist entscheidend, dass ich Gott mein ganzes Leben zur Verfügung stelle. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Dazu gehört auch meine natürlichen Fähigkeiten und Begabungen. Genau dazu fordert uns Paulus auf. In einem anderen Brief von ihm, im Römer 12, Vers 1, sagt er, ich habe euch vor Augen aufgeführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus sagt Engelich, wenn du ein Hammer bist, dann setzt es ein für Gott. Ganz. Wenn du ein Schraubenzieher bist, dann setzt dich als Schraubenzieher ein. Mit allem, was du hast, wo du bist, so sollen wir uns einsetzen. Der Gott der Bibel ist unser ganzes Leben interessiert. Mit allem, was wir sind und haben. Und wenn wir das machen, wenn wir im Vertrauen alles zur Verfügung stellen, dann kann er uns noch mehr beschenken, noch mehr beauftragen und noch mehr befähigen. Und das wird uns selber begeistern, aber auch die, die unser Leben sehen, begeistern das auch. Ich komme zum Schluss. Der Heilige Geist begeistert uns wirklich buchstäblich. Er setzt Gottes Kraft in unserem Leben frei. Durch seinen Geist bringt Gott eine weitere übernatürliche Dimension in unser Leben und auch in Gemeinden. Zusammenfassend kann man sagen, der Heilige Geist beschenkt uns. Jesus beauftragt und Gott der Vater befeigt uns, das Evangelium in dieser Welt hörbar, sichtbar und erfahrbar, erlebbar für die Menschen zu machen. Die Gemeinde von Jesus ist also kein lahme weltfreund Haufen von ein paar Spinnern, die irgendwo zusammenkommen. Es ist eine dynamische Familie mit einem übernatürlichen Potenzial, die begeistert und die Welt positiv verändern. Ich möchte dich auffordern oder herausfordern, dir Gedanken zu machen, was hat Gott heute Morgen zu dir gesagt? Ist etwas, das dein Herz berührt, dich getroffen hat? Oder du sagst, über das soll ich nachdenken? Oder vielleicht du das umsetzen, den du heute Morgen gehört hast? Vielleicht einen Punkt, wo du sagst, ich will dem noch nachgehen. Was für Gaben habe ich eigentlich? Dann möchten wir dir Zeit geben. Mariana nimmt uns in ein Instrumentalstück, die Fragen bleiben eingeblendet und du kannst dir Gedanken machen, was hat Gott heute Morgen zu mir gesagt und wie setze ich das konkret um? Und wenn das beantwortest, dann wird dein Leben wirklich begeistert. das ist ein es Amen. Amen. Amen.